Die Episkopalkirche von Kuba ist eine Mitgliedskirche der anglikanischen Gemeinschaft in Kuba. Ursprünglich durch US-Missionare der Episkopal Church in the USA gegründet war sie bis 1967 Teil dieser Kirche. Aufgrund politischer Spannungen zwischen den USA und dem kommunistisch gewordenen Kuba wurde die kubanische Episkopalkirche 1967 eine extraprovinzielle Diözese der anglikanischen Gemeinschaft. Die zu keiner Kirchenprovinz gehört. 22 Priester, davon zwei Frauen und drei Diakone, betreuen heute etwa 5000 Gläubige in 28 Gemeinden und 43 Missionen. Am 10. Juni 2007 wurde Nerva C.O.T. zur Weihbischöfin geweiht. Sie ist die erste Frau, die in einem Entwicklungsland für das anglikanischen Bischofsamt geweiht wurde. Die Kirche untersteht einem Metropolitenkonzil, dessen Vorsitzender der Primas der Anglikan Church of Canada ist. Und dem auch der Präsidingbischop der US-Episkopalkirche sowie der Primas der Kirchenprovinz der westindischen Inseln angehören. Fußnoten Bericht über Bischofsweihe Bericht b ruler Bericht über Bischofs shady Bericht über Bischofs Untertitelung des ZDF, 2020